Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Ich spiele heute Disturbed. Es geht wohl darum, dass wir einen Bauernhof oder sowas haben und kurz vorm Sterben stehen oder nicht sterben sollen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel bei Steam gefunden und dachte, ach, gucke ich einfach mal rein. Genau, das machen wir jetzt. Ich starte mal. Ein weiterer düsterer Tag vergeht, während du dich abmühst, deine dahinsiechende Farm zu bewirtschaften. Das Getreide auf deinen Feldern fault und deine Kuh ist krank. Na, das ist ja super. Bestvoraussetzung Seit geraumer Zeit herrscht eine bedrückende Stille auf dem Land. Die Luft atmet sich zäh und faulig. Jeder verstrichene Tag schürt deine Ungewissenheit, ob die Dinge sich je wieder zum Guten wenden werden. Vielleicht liegt es an dir. Du hast dich entschieden. Du wirst etwas unternehmen und der Sache auf den Grund zu gehen. Du stehst vor deinem ärmlichen Zuhause, abwägend, was du als nächstes tun sollst. Okay, was machen wir? Wir können zu den Feldern oder ins Haus oder in den Schuppen. Naja, da die Farm ja bewirtschaftet werden muss, gucken wir uns erstmal die Felder an, würde ich sagen. Ein Pfad teilt das Getreide, in das du die letzten Monate so viel harte Arbeit investiert hast, um eine gute Ernte einzufahren. Ein durchdringender Geruch erinnert dich daran, dass deine Pflanzen begonnen haben zu verfaulen und die Zeit davonläuft. Määä. Ähm, was machen wir? Wir betreten mal den Färch. Ein giftiger Dunst brennt in deiner Nase, als du den Färch betrittst. Deine arme Kuh liegt leblos auf dem Boden. Eine wuchernde Fäule hat begonnen, ihren Körper zu verzehren. Wie du dort so stehst, fühlst du Übelkeit in dir aufsteigen. Ganz besonders, als du auf die schwarzen Pilze blickst, die den Boden besprenkeln. Äh, unsere Kuh ist gestorben. Äh, und alles verfault. Wieso ist denn unser Bauernhof so heruntergekommen? Das ist aber doof. Pflücke einen Pilz? Äh, die Pilze sind bestimmt nicht gesund. Wir untersuchen mal das Wasser. Du untersuchst, ob einem Wasser etwas ungewöhnlich ist. Du bemerkst eine dunkle Konsistenz. Als du einen Stein in das Wasser fallen lässt, wirbeln dunkle Partikel am Boden auf, wie ein Gewittersturm. Dein Gesicht verzieht sich vor Ekel. Bah, wieso haben wir unsere Farben denn so verkommen lassen? Ich habe Angst, dass bei Pflücke ein Pilz, der den Pilz auch isst. Und dass wir dann sterben. Weil das kann nicht gesund sein. Der ist bestimmt giftig, dieser Pilz. Aber... Ach komm, wir machen jetzt einfach. Drauf geschissen. Du kniehst dich nieder und greifst nach einem Pilz. Während du ihn aus dem Boden reißt, setzt der Pilz eine Wolke aus Spuren frei. Deine Hände beginnen zu brennen und zerschmelzen, als du sie betrachtest. Dein Körper verschrumpelt langsam zu einer dunklen, feuchten Masse, als sich das Gift in dir ausbreitet. Du stirbst letztendlich, nachdem du noch einige Zeit am Boden herumgekeucht bist. Deine Abenteuer endet hier. Ernsthaft? Ich habe gerade noch gesagt. Lass den Pilz in Ruhe, du stirbst bestimmt. Okay, ich hatte prophezeit, dass wir dann essen und nicht, dass wir uns einfach nur die Sporen umbringen. Aber ich bin so dumm. Ich habe gesagt, nicht den Pilz anrühren. Der ist tödlich. Was mache ich? Ich rühre den Pilz an und sterbe. Ja, verdient, würde ich sagen. Selber schuld. Das war ein kurzes Abenteuer. Das war sehr unbefriedigend. Da möchte ich doch direkt noch einen neuen Versuch starten. Denn das ging jetzt wirklich viel zu schnell. Ich starte neu. Spiel starten. Ja, den Text kennen wir schon. Unsere Kuh ist krank. Die Felder faulen. Und der Farm geht das so absolut gar nicht gut. Wir gehen nicht zu den Feldern, denn dort waren wir schon im vorherigen Durchlauf. Ich gehe in den Schuppen. Vielleicht ist da ja irgendwas Spannendes. Du versuchst die Schuppentür zu öffnen, aber die Tür rührt sich nicht. Du erinnerst dich, sie vor längerer Zeit verschlossen zu haben, weißt aber nicht mehr, was du mit dem Schlüssel gemacht hast. Was? Wir verschließen unseren Schuppen und wissen nicht, wo wir den Schlüssel hingetan haben? Alles klar. Wir sind der beste Bauer überhaupt. Wir haben unseren Bauernhof mega unter Kontrolle. Die Kuh ist todkrank, die Felder verfaulen, der Schuppenschlüssel ist weg. Perfekt, wir gehen einfach mal ins Haus. Beim Betreten in das Haus packt dich ein unterschwelliges Unbehagen, als ob die draußen wachsende Zerstörung die Wände deiner einst sicheren Zuflucht durchdrungen hätte. Andererseits sieht alles noch genauso aus, wie du es zurückgelassen hast. Vielleicht ist das ein guter Moment, sich einfach nur hinzulegen und zu hoffen, die Probleme würden von allein verschwinden. Du kämpfst dagegen an, doch die Versuchung ist groß. Einfach mal im Tagebuch lesen. Warum nicht? Liebes Tagebuch. Ein weiterer normaler Tag auf der Farm. Das Getreide wächst gut. Betanne? Wer ist Betanne? Betanne geht es auch gut. Sie liefert mir zuverlässig täglich feine Milch. Ah, Betanne ist unsere Kuh. Wenn die Dinge weiter so laufen, weiter so gut laufen, kann ich vielleicht bald ein neues Vieh investieren. Dann bekämen Betanne und ich wenigstens etwas mehr Gesellschaft. Liebes Tagebuch. Heute war kein guter Tag. Jemand ist in den Schuppen eingebrochen und hat einiges im Werkzeug gestohlen. Ich bin nicht kleinlich, wenn jemand einen Happen Gemüse aus dem Garten stiehlt, aber meine Geräte... Na jedenfalls habe ich ein Schloss an der Tür angebracht, einen Schlüssel versteckt. Noch einmal lasse ich mich nicht beklauen. Liebes Tagebuch. Neulich Nacht erwachte ich aufgrund eines fauligen Gestanks. Etwas so Widerwärtiges hatte ich zuvor noch nie gerochen. Ich trat aus der Hütte und suchte die Farm ab, konnte aber die Ursache nicht finden. Was immer es ist, es muss ein böses Übel sein. Ich sollte der Stadt einen Besuch abstatten, um mehr zu erfahren. Hm. Hm. Okay. Wieso auch immer, wir haben nur ein einziges Tier auf der Farm, das ist unsere Kuhbetanne. Und bei uns eingebrochen und deshalb ist unser Schuppen abgeschlossen. Na gut. Ich gucke mal in die Truhe. Du öffnest die Truhe und findest nichts weiter als einen Haufen Papiere. Sieht so aus, als hättest du weit weniger Wertsachen als angenommen. Du schließt die Truhe. Hm. Dann gehen wir mal wieder raus. So, was machen wir jetzt? Wir gehen zu den Feldern, aber diesmal keine Pilze essen. Na, wir haben sie ja nicht gegessen, aber sie haben uns trotzdem getötet. Okay, was machen wir diesmal? Wir folgen dem Pfad. Du folgst dem Pfad eine Zeit lang, bis du in der Ferne eine Höhle entdeckst. Du hältst inne und fragst dich, ob dort wohl etwas Hilfreiches zu finden ist. Hm. Etwas Hilfreiches oder vielleicht auch etwas Tödliches. Ah. Nachdem wir im ersten Rückgang so schnell gestorben sind, habe ich jetzt doch ein bisschen Bammel. In der Höhle könnte auch ein Bär auf uns warten oder irgendwas anderes Tödliches. Aber meine Neugier ist zu groß. Meine Neugier wird mich umbringen. Oh Gott. Du hörst ein schwaches Säuseln des Windes, der sich zwischen den Felsen fängt. Die Temperatur kühlt merklich ab, als du die Höhle betrittst. Du nimmst hier einen anderen Geruch wahr, aber du begrüßt diesen neuen Geruch, der wesentlich angenehmer ist als der tödliche Faulgeruch außerhalb der Höhle. Ja, wir gehen weiter in die Höhle. Verdammte Neugier. Ich sag doch, da ist ein Bär! Oh, ich hab es gesagt und darf ihn uns jetzt umbringen. Bevor du auch noch einen Schritt machen kannst, taucht ein großer Bär aus der Dunkelheit auf. Dir wird klar, dass deine Annahme, hier etwas Hilfreiches zu finden, ein schrecklicher Fehler war. Ja, sicher, bekämpfe den Bär. Als ob das so einfach wäre, wir sind ja noch nicht einmal bewaffnet, oder? Wir laufen weg. Als du dich umdrehst, um wegzurennen, brüllt der Bär mit einem tiefen Grollen, welches die lockeren Steine der Höhle erzittern lässt. Du hast nur den einen Gedanken, heil hier heraus und nach Hause zu kommen. Gut, du hast es bis zum Pfad geschafft, doch der Bär holt dich ein und stürzt sich auf dich. Seine schmerzerfüllenden Schreie verheilen ungehört, als der Bär dich ins Stücke zerreißt. Dein Abenteuer endet hier. Ich sollte Wahrsager werden. Ich habe prophezeit, dass der Pilz uns tötet. Ich habe prophezeit, dass ein Bär in der Höhle ist. Ja, super! Und trotzdem mache ich das. Ah, verdammte Neugier, ernsthaft. Nee. Leute, merkt euch das, nicht in dunkle Höhlen gehen. Und keine komischen Pilze pflücken. Ja, danke schön. Vielen Dank.